Hehehe... Klar... ...der reagiert gar nicht, weil eine neue Aufnahme hier startet wird. Was ich jetzt noch mal machen kann, ist... ...krieg ich aber auch nicht hin. Ich versuche mir jetzt mal anzugucken, wie der... ...Nork hier geht... Der Ork? Hehehe... Hm... 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 Schwierig, wie habe ich den gemacht? Ah, da, da, da ist er! Ha, da ist er! Okay, jetzt noch mal so rein... Ja, toll... ...habe ich ihn jetzt geschafft und ich habe keine Ahnung, wie ich die restlichen Punkte schnappen soll. ...hör... 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 ...ein... ...pum... ...nein, mir fehlen 400 Punkte! So ein Nork schaffe ich nicht mehr. Ah, verdammt, mir fehlen 53. Du willst mich doch von Kack-Eiern. Das wäre doch nur eine gepresste Zitrone. Ha, wenigstens haben die Punkte gezählt. Den machen wir auch nochmal. Ah, 350 geht leider nicht. Schade, aber das wäre zu schön. So, dann versuche ich mich jetzt mal direkt an dem Nork. Ah, zweifach gedrehte Limo, die mache ich gleich nochmal. Gibt es nämlich auch noch U-Mail zu. Verdammt, am Ende fehlen mir 5 Punkte. Juhuuu. Götter Punkt, äh, hat man dafür. Ich fasse es nicht. Aber ich habe doch jetzt den Punkt und 3200 vorig. Ich brauche ne gedrehte Limo. Ich brauche ne gedrehte Limo. Oh, hüff! Habe ich den hier? Ja, nichts bringt. Nein! Zum Glück. Aber er steckende Korb, okay. Also, ne. Ah, interessant. Hat er also jetzt wirklich nur... Hat er jetzt also nur der Dingens was gebracht. Ein Köderpunkt. Ja. Ach, schon mal einer. Was man so alles auf dem Weg findet. Ah, halt. Wo, 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 wo. Chicken! Nam 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 nam. Neckart, Chicken! Oh. Guck mal! Da ist ein Huhn! Ich hoffe, es ist nicht das Einzige. Dann hoff mal weiter. So, dann geht's hier wieder hoch. Wir wissen ja, da oben ist noch was gewesen. Aber wir wollten ja nicht hin. Beziehungsweise ich wollte nicht hin. Weil das jeder so ne super, duper, mega Mission ist. Beziehungsweise ein Level. Und jeder sieht Schiele! Hey Spyro, hier wimmelt es von Rhinoxen. Vielleicht kann ich auf der Spitze des Turms ein wenig Ruhe finden. So, und das ist auch der Grund, wieso ich zuerst Schiele als Level gemacht hab. Denn wenn wir hier zuerst, also okay, natürlich gegen dieses Level, äh, Sonnenstrand oder wie das hier gehen würden, wäre Schiele hier nicht verfügbar. Denn dann würde es einfach nur heißen, hey, ich bin gerade in meiner eigenen Heimat beschäftigt und komm mal da bitte eben vorbei und hilf mir. Oh, Jammer! Ich habe meine Liebste verloren. Sie wird in jenem Turm dort drüben von bösen Rhinoxen bewacht. Kannst du sie für mich retten? Können ist das eine. Wollen ist das ganz andere. Ich mag diese Mission überhaupt nicht. Also, die In-Level-Mission hier. Die sind fürchterlich. Die sind so fürchterlich in diesem Level. Vor allem hier. Hier gibt es nur sehr wenig, äh, Leben. Von daher darf ich dich hier nicht töten, denn ich werde nachher wahrscheinlich noch zurückkommen, um mir den zu holen. So. So. Aber ich kann das hier eigentlich schon gleich sehen. Es gibt Stellen, ähh ... ... da stirbt man hier einfach nur. Das geht gar nicht anders. Da, hast du hier sehen, wie mies der ist. Und so eine Stelle kommt halt noch ab, das war da oben, die man jetzt noch nicht anzieht. So... Da hab ich jetzt nichts übersehen, ne? Da komm ich... Da hab ich... Siehst du? Hier kann man super schnell Geld übersehen, das ist echt heftig. Da oben komm ich später hin, da ist noch was. Hm, das ist genau das, was ich meine. Das ist genau das, was ich meine. Das ist so scheiße. Das ist so scheiße, oder? Das ist so scheiße, oder? Ich hoffe ja nur, das Fräschlein, das da vielleicht noch kommen wird, gibt mir auf Anhieben, ähm, ganzen Leben. Denn dann wird aus grünes Barz gelbes Barz. Guck. 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 Oh, diese Stelle hier habe ich aber äußerst gut gemeistert, muss ich mal ja sagen. So, äh, was haben wir hier unten? Fröschchen und so einen. So, dich nehmen wir mit. So, wie viel gehört mir noch? 27. 27. 28. Wir sterben, wir sterben. Diese Steuertum hier im Turm ist aber äußerst bescheiden. Wieso? Ich will da hingucken. Wir sehen, wo ich hinsterben würde. Wir haben keine... ...keine Sparks... Oh, weil ich glaube noch so ein Schaf oder was auch immer. Toll. Darf ich das mit so einem Globmethoden und Kingku gemeinsam einsammeln? Ah, was eine schöne Scheiße, ey. Was? Marco hat dich geschickt? Ich habe eine gerichtliche Verfügung gegen ihn. Danke schön. Lucy ist die gerichtliche Verfügung. Ah, es handelt sich um Kinder. Da wissen wir ja die Vorgeschichte. So, Level komplett kommt schon. 6 von 6 Eiern. Level geschafft. Komm schon. Juhu. Gib ihn verlassen. Level geschafft. Level beenden. Die zweite Warnung. Süß. Häh. 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 Uhuh. Schau an, Jäger. Es ist die schaurige Zauberin. Ich habe euch bereits gewarnt. Dieser Ort ist nichts für kleine Drachen und... ...Miezen. Miezen? Danke, aber wir können selbst auf uns aufpassen. Versuch auf das aufzuhacken. Häh. Komm wieder, wenn du ausgelernt hast, okay? Sag mal, kommt es nur mir so vor? Oder sieht sie ganz hübsch aus, wenn sie böse ist? Häh. Jäger, du Verdäter. Dann wissen wir ja, dass Jäger ein Verdäter ist. Wer die Teile davor kennt, bei den Bosskämpfen. Er versorgt uns mit Munition und Schafen. Und der nette Herr Jäger schmeißt den Gegnern alles zu Füße. Nein. Kennst du denn seine Masche? Äh. Willkommen in den Wolkettürmen. Okay. Von Wolkettürmen möchte ich euch mitten zu einem Buck zeigen, der jetzt leider nicht mehr möglich ist, weil Jäger nicht hier ist. Schade. Okay. Wollkettürmen. Memory Card nicht entfernen. 900 Juwele, Edelsteine, Geld, Gold, was auch immer. Oh, ich habe keine. Verdammt. Hehehe. 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 Slowmo. Hehehe. Hehehe. Hier muss doch irgendwie. Hehehe. 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 Die Rhinoxer haben unseren Wolken Generator abgestellt. Und ich werde nie wieder einen Regenbogen sehen. Das tut mir aber leid. Ja. Alter, so eine hohe Stimme. Hm... Grafik-Bug? Oder... Jupp, Grafik-Bug. Hier steht normalerweise so drauf... ...und nicht irgendwie... ...da mit dem... Lför! L Pollow. Langschnitte! Der Geruchgewyalten! Vielen Dank.